Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Beat Tide, Agro Swing. Der Berliner bleibt seinem Rhythmus treu und kommt auch weiterhin jedes Jahr mit einem neuen Release. Musikalisch und stiltechnisch ist das Album im Stil der goldenen 20er Jahre gehalten. Agro Swing beinhaltet 16 Tracks. Features kommen unter anderem von Block Monster, Kame, Shitso und Smoky. Das Album wird über Jetzt Paul veröffentlicht und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. DJ Friso Game 6 Bei Haftbefehls Album Block Platin im Jahr 2013 war DJ Friso maßgeblich beteiligt. Seitdem gab es zumindest im Bereich Deutschrap eher wenig von Friso zu hören. Nun meldet sich der Düsseldorfer mit einem neuen Projekt zurück. Game 6 kommt mit 6 Tracks und beinhaltet unter anderem Gastauftritte von Antifuchs, Sufjan und Michael O. Das Release kommt über das Label Warner Music Germany und erscheint nur digital. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.